Musik Grüezi miteinander. Seit dem Februar gibt es in der Garage jeweils am letzten Mittwoch im Monat eine Stubete. 10 bis 20 Musikerinnen und Musiker treffen sich und spielen spontan miteinander Stuck aus der Schweiz. Wir wissen nicht im Voraus, wer da ist und was gespielt wird und es wird jedes Mal anders. Am Mittwoch, am 29. Mai, ab 7 Uhr ist es wieder so weit. Kommt vorbei, früher oder später, kurz oder lang, hören, schauen und tanzen. Seid dabei und lasst euch überraschen an einem Abend, wo Musik aus dem Moment entsteht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017